Jo Leute, was geht? Ich hab wieder ein neues Video für euch vorbereitet und heute geht es um diese unerträgliche Hitze. Heute ist es mal etwas natürlich... Heute ist es mal etwas natürlicheres Licht hier drin und da ich einfach echt zu faul bin die Softboxen aufzubauen und es wird sonst viel zu warm hier drin. Ich mein, es sind jetzt schon irgendwie 27 Grad oder so in meinem Zimmer. Das ist so scheiße. Und genau aus diesem Grund habe ich mich mit Ärzten, Biologen und Spezialisten des ganzen Landes zusammengesetzt und habe für euch 5 Chester's TV's Sommer-Survival-Tipps zusammengestellt. Chester's Survival-Tipps Nummer 1 Ein Eis Ist nicht kalt. Nur ein ganz kleines bisschen vielleicht. Ah, wir sind frösch. Wir sind frösch. Ah, wie ihr seht, ist die Technik noch nicht ganz ausgereift, aber sie hilft. Chester's Sommer-Survival-Tipps Nummer 2 Kalt Getränke. Am besten in Dosen, weil die Dosen auch schön kalt sind. Chester's Sommer-Survival-Tipps Nummer 3 Eiskalt Getränke mit Eishürfeln Oh, fuck, 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 das schäumt, das schäumt, das schäumt, oh. Oh, fuck, 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 fuck. Oh! Prost. Ich habe gekleckert. Ich habe gekleckert. Chester Sommer Survival Tipps Nummer 4. Für Tipp Nummer 4 braucht ihr einfach nur einen riesigen Ventilator. Chester Sommer Survival Tipps Nummer 5. Für Regel Nummer 5 im Sommer gilt das gleiche wie Regel Nummer 1 bei Jurassic World. Nicht bewegen. Jede Bewegung heißt Energie. Jede Bewegung heißt Reibung. Jede Reibung heißt Wärme. Wollt ihr noch wärmer werden? Yo Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe das Video konnte euch von der Hitze ablenken. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 you Untertitelung des ZDF, 2020